So, mein Minuskabel habe ich wieder auf den Minuspol der Batterie geklemmt und mit dem anderen Messkabel gehe ich jetzt hier einfach auf die Schraube von der Karosserie drauf und das Messergebnis, wir haben das Kabel mitnehmen, das Messergebnis 74,7 Volt, das ist auf keinen Fall in Ordnung, jetzt stellt sich die Frage wo die Spannung herkommt, normalerweise dürfte das Messgerät überhaupt nichts anzeigen, aber ja, es ist heute ein bisschen ungemütlich hier draußen und da möchte ich hier auch nicht weiter rumfummeln, es ist regnerisch, ihr seht es vielleicht an den Batterien und hier überall sind Regentropfen, da mache ich hier gleich mal alles wieder aus und dicht, ja, dann sage ich erstmal Tschüss, bis die Tage, keine Frage, abonniert den Kanal, damit ihr auch nichts verpasst.